Hallo und herzlich willkommen am Montagabend zu Lift & Push mit der Sandra und mit mir. Wir trainieren mal wieder über den Stream live mit Facebook, glaube ich, zuerst. Ich glaube, die Facebook-Zuschauer sind als erstes dran. Sandra, was machen wir heute? Ja, genau. Viele schöne Sachen. Viele schöne Sachen. Neue Kombis geht von dem vor allem gedanklich weg, was ihr kennt von uns. Ja, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Qualität, Spaß? Davon natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Wir haben uns natürlich etwas überlegt. Wir haben ein schönes Warm-Up, wir haben ein schönes Beintraining, wir haben ein schönes Cardio-Training, wir haben ein schönes Brusttraining, wir haben ein schönes Rückentraining, wir haben ein intensives Bizeps- und Trizeps-Training. Er hat ein bisschen ein Cardio-Training und danach ein bisschen Schultern und Core-Workout. Ja, ich habe heute die Ehre gehabt, den Kraftteil ein bisschen zu übernehmen. Die Sandra macht ein Cardio-Teil. Ich habe da Sandra gesagt, sie kann sich ganz auf mich verlassen. Ich führe sie da durch. Ich hoffe, dass die Sandra das mit mir... Ich führe den Jürgen. ...die Sandra mich durch den Cardio-Teil führt. Durch die Cardio-Teile. Alles einfach, alles easy, wir machen keine schwierigen Sachen. Also, dass ihr zu Hause auch wunderbar mitkommt. Und dann dürfen wir jetzt YouTube begrüßen. Hallo YouTube. Nur mal ganz kurz. Wir haben heute Cardio-Burn. Nicht. Lift and push. Lift and push. Jürgen. Danke. Wir gewinnen uns noch dran. Also, ihr braucht Gewicht zum Aufwärmen jetzt erst mal. Alternativ mit mir, Werner Handelstange hat, nun Jürgen. Alles andere steht hinter und neben uns. Rucksack, wie gewohnt. Ja, Wasserflaschen, je nach Muskelgruppe. Ich versuche oder wir versuchen das heute auch anzusagen. Ist ein bisschen untergegangen. Danke für euer Feedback schon mal im Vorhinein. Wird hoffentlich alles umgesetzt. Sonst weiter kommentieren und einfach sagen, was ihr hören und sehen wollt von uns. Genau. Sagt es uns, was nicht passt. Nur so können wir umstellen. Okay, das mache ich. Gemma. Und darf ich sagen? Gemma, Gemma, Gemma. Gemma. Gut, dann dürft ihr mal bitte eure Gewichte, ob Waschmittel oder Stange, rückenfreundlich aufnehmen. Das heißt, die Brust ist draußen. Die Fersen bitte ein bisschen breiter als hüftbreit. Die Zehenspitzen drehen wir leicht nach außen. Die Knie sind soft. Der Bauch ist fest. Die Brust ist stolz. Die Schultern ziehen wir hoch. Hinter. Lauf sie unten ein. Schieb dein Kinn nach hinten. Und dann darfst du die Zähne zahnbeißen und ein bisschen lachen. Ich würde sagen, wir starten. Oh ja. Guck mal, ein bisschen lauter. Das war doch vorher nie die maximale Lautstärke. Okay, wir starten mit einem Deadlift. Slow. Vier, drei, zwei, bis zu den Knie. Und komm langsam wieder nach oben. Wir haben Zeit. Vier, drei, zwei, eins. Langsam hoch. Tempo wechselt. Zwei, zwei. Eins, zwei, zwei, eins. Schau mal, die Hüfte schiebt nach hinten. Die Knie beugen leicht. Die Brust ist stolz und der Blick geht mit. Okay. Erste Runde. Easy Warm-up. Single Ruder. Knie, Bauch, Knie, Hohenab. Ellbogen ziehen wir rein. Brust bleibt stolz. Schulterblätter am Rücken zusammen. Und was kommt auf eins? Drei. Immer drei. Dribble Roll. Down. Drei. Zwei. Eins. Komm nach oben. Nochmal. Vom Knie zum Bauch. Gut. Letztes Mal. Back to the top. Zwei, zwei, Dätsen. Easy. Down, down. Up, und ab. Warm-up für den Oberkörper. Und die Sandra zeigt es euch im Profil. Checkt es, wie sich die Hüfte nach hinten schieben und die Gewichte in einer Linie bleiben. Upright roll. Zwei, zwei. Nach oben. One, two, two, one. As if somewhere between the end and there. Über der Stange. Up, bleib fest. Knie bleibt soft. Und wir erhöhen eine bisschen die Frequenz. Deadlift Single. High Pull Single. High Pull. Gut. Zu die Knie. Und reiß an. Gut. Stange. Bis zur Brust. Letztes Mal. Clean and press. Low. Zieh hoch. Setz um. Bring die Stange nach oben. Wieder zur Schulter. Und komm zurück. Einer mehr. Gut. Vier schnelle. Ready. Set. Clean. Press. Clean. Reset. Gut. Bring die Ellenbogen schnell unter die Stange. Explosiv. Der letzte bleibt oben. Stange im weiten Teil des Nackens absetzen. Beine ein bisschen breiter. Squad. Zwei, zwei. One. Two. One. Wenn du mit freiem Gewicht arbeitest, können wir das so ein bisschen sauber schlabelisierst. Salsa macht die schwere Variante. Immer ganz. Oder 80. Ah. Kau. Gut. Rück die Knie nach außen. Schieb die Hüfte nach hinten. Gut. Kombination. Tief, Mitte. Tief, hoch. Tief, Mitte. Tief. Und ab. Gut. Fuß bleibt stolz. Hüfte schiebt hinter. Und wir starten mit dem linken Bein nach hinten. Lunge 2, zwei. One. Two. Two. One. Check das vor den Knien. Es drückt ein bisschen nach außen. Das Hinterring zieht zum Boden. Okay. Geh mal ein bisschen mehr Gas. 80. 80. Sieben. Gut. Saubere Lunges. Tief, vier. Tief, drei. Letzten beiden. Stange vor. Schritt. Schritt. Röst, Zeit. Licht. Shoulder roll. Großer Shoulder roll. Deadlift. 2, zwei. One. Two. Two. And one. Easy going. Arme lang. Leichte Beugung im Ellenbogengelenk. Okay. Upright roll. 2, zwei. One. Two. Two. One. Stange bleibt am Körper. Kinn bleibt hinten. Knie soft. Okay. Geh mal Gas. Deadlift Single. High Pull Single. High Pull. Gut. Knie. Und Brust. Zwei mehr. Jeweils. Letztes Mal. Clean and Press. Langsam. Easy. Zieh hoch. Setz um. Press nach oben. Ellenbogen vor. Und zurück. Einer mehr. Sandra. Geh mal Gas. Single Clean. Single Press. Sehr cool. Good. Catch. Drive. Catch. Reset. Good. So. Letzter bleibt oben. Im weichen Teil des Nackens absetzen. Beine breiter. Squat. 2, zwei. Easy. Down. Down. Up. Und up. Okay. Single Tempo. Wachtstück. 8. Drück die Knie nach außen. Aus den Fersen. Drücken wir uns nach oben. 4. 3. Halbe. Halbe. Und bis zur Hälfte. Down. Halber Weg. Down. Und up. Gut. Oberkörper Hammer. Beide Mann. Und Abschluss. Okay. Mach dich bereit. Rechtes Bein nach hinten. Lunge. 2, 2. 1. 2. 2. And 1. Ja. Wir haben die Musik studiert. Damit es alles passt. Okay. Singles. 8. 8. 7. Gut. Hinteres Knie zum Boden. 4. 3. 2. Step in. Stange nach vorne. Gewicht nach vorne. Der ist jetzt noch. 2. Wo ist mein Waschmittel? Okay. Abschluss. Oberkörper Warm-Up. Wide Grip. Single Row. Sandra Blind. Im normalen Griff. Funktioniert genauso. Die Zange bleibt. Von den Knien. Bis zu den unteren Rippen. Trivus. Stich. Down. 3. 2. 1. Komm nach oben. Letztes Mal. Down. 3. 2. 1. Richte dich auf. Stopp. Puh. Stangen ablegen. Worm-up done. Alle warm. Jetzt kommt der Blaster. 4 Runden. Beintraining. Ihr braucht viel Gewicht. Viel Gewicht ist, was wir haben. Das packen wir. Und legen es drauf. Blöd mit dem Kabel. So jetzt. Für die Squats. Okay. Ready. Wir starten mit Squats. Gehen dann über. Oh yeah. Yes. In die Lunches. Wir brauchen einen Kipplatz. Okay. Stange aufnehmen. Stange, wenn du aus dem Bein knallt, des Nackens absetzen. Rucksack drauf. Waschmittel vor der Brust. Loadhammer. Die Ferse hüftbreit. Zehenspitzen nach außen. 2, 2. Down. Down. Up. Und ab. Bring die Knie nach außen. Brust raus. Hüfte schiebt hinter. Gut. Okay. Zieh die Bremse. Super slow. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Easy down. Easy up. Herzlich willkommen an der ersten von vier Runden. 2, 2. 1, 2, 2, 1. Gut. Nutz die Reine. Hüfte runter bis zu den Knünen. Ellenbogen vor. Gut. Tempo wechseln. 3, 1. 3, 2, 1. Press up. Wenn du runterkommst, aktiviere den Bauch. Wenn du nach oben schiebst, aktiviere den Po und die Oberschenkel. Gut. Single Tempo. Acht Stück. Up. Up. 7. Up. Press nach oben. Aus den Ferst. Gut. 4. Die Kombi kommt. Kombi kommt. 2 Singles. Triple Pulls. Ready. Go. 1, 2. Triple im Keller. 3, 2, 1. Again. 1, 2. Triple im Keller. Reifens ist das andere. Nein. Komm weiter. 1, 2. Triple. Down, down, down. Einer mehr. Gut. Gut. Im Keller. 3, 2. Oben stopp. Standweite wechseln. Eine Fersenbreite weiter. Wider stance. Super slow. 4, 3, 2, 1. Okay. Runde 2 von 4. Super slow bleibt. Von 4. Hast du 4 gesagt. 4 Runden. Wir haben ja heute schon gemacht. Vorher haben wir nie hochgegangen. Okay Team. 2, 2. Easy. 1, 2. 2, 1. Knie raus. Fersen im Boden. Fuß außenkante. Schieb dich nach oben. Neues Tempo. 3, 1. Langsamer Team. 3, 2, 1. Und press up. Gut. Wir haben heute nur ein bisschen Beine trainiert schon. Team. Geh mal Gas. Single Tempo. 8, 8, 7, 6. Good. 4 Stück. 3. Haben wir noch Kombi? Yes. 2 Singles. 1, 2. Dribble im Keller. 3, 2, 1. Kumpung. Again. 1, 2. Dribble. Gut. Musst du Spannung. Erhöht sich. Gut. Come on. 3, 2, 1. Bleib dabei. Ah. Gut. So, letzter hier. Oben Stopp. Schüttel die Beine. Du hast Zeit. Machen wir lang, Jess? Oh yeah. Side to side. So. Linkes Bein. Nach hinten. Rechtes Bein vorne. Viel Gewicht. Easy. Slow. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Check your range. Das Knie über der Ferse. 2, 2. Steady, stay. 1, 2, 2, 1. Lange, harte Runde. Ich mag, wenn du so machst. Rrrr. Harte Runde. Okay. Tempo wechseln. 3, 1. Langsamer. 3, 2, 1. Und ab. Gut. Wir haben noch ein bisschen. Ein bisschen haben wir noch. Schön. Zittert ein bisschen das Bein. Ein bisschen nur. Ein bisschen. Okay. Team Single Tempo. 2, 2. 7. Zum Luftholen. Bis zur Kombi. Was kommt dann? 4. Wie Kombi. Gehen wir Gas? Zwei Singles. One. Triple im Keller. Drei, zwei, eins. Ich schau doch, meine Beine zurück. Come on. Triple im Keller. Vier unten haben wir noch. First, here we go. One, two, triple down. Drei, zwei, eins. Come on. Big range. Small range. Okay. Letzten. Zwei Kombis. One, two, triple. Drei, zwei, eins. Einer mehr. Kommt immer hoch. Triple, drei, zwei. Oben stoppen. Shake. Oh ja. Okay. Eine Runde haben wir noch. Die vierte von vier. Tausch die Beine. Setz Dance, breit und weit. Four, three. Two, slow. Es ist Zeit. Langsam wieder hoch. Easy. Check this. Four, three. Knie über der Ferse. Okay. Timing. Zwei, zwei. One, two, two. And one. Ich hoffe, das ist jetzt allen langsam genug. Wolltest du sehr langsam? Die wollten es langsamer. Oh yes. Okay. Drei, eins. Slower. Drei, zwei, eins. Ab, Knie über der Ferse. Check. Sandra. Ja, hier. Immer Gas. Yes. Team. Ready. Let's go. Singles. Acht. Sieben. Gut. Hinteres Knie zieht zum Boden. Wollte nicht jemand die Lunges mitmachen? Drei. Zwei. Okay, Kombi. Zwei Singles. One, two. Tripple im Pillar. Drei, zwei, eins. Again. One, two. Tripple. Okay, wir haben noch vier Runden, dann ist Schluss. Ziehen wir es durch. Sehr gut. Gut. Drei, zwei, eins. Come on. Oh yes. Leute, wir haben noch ein Bein teil, ja? Es brennt. Come on. Letzten Bein. Bring uns nach Hause. One, big, two big, triple. Drei, zwei, eins. Letzter. Letzter Trübel. Ups, stop. Oh, das war gut, das war gut. Macht euch ein bisschen Platz. Jürgen. Gewicht beiseite. Bisschen Platz. Kleiner Cardio-Teil. Kurzer Shake. Ja, kurzer Schluck, kurzer Shake. Und dann brauche ich ein paar Beepier mehr. Mehr Beats. Ich laufe schon mal. 150 will die Sandra. Ja. Ihr braucht nicht auf den Beat laufen, ja? Wenn es euch zu schnell ist, lauft langsamer. Aber wenn ich laufe, dann laufe ich schon so. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Jürgen. Ich bin bei dir. Ja? Ja. Wir laufen. Nimm die Arme mit. Shake die Beine. Das war ganz schön knackig, möchte ich dir sagen. Das war aber gut. Sehr gut. Sehr gut. Run, run, hopp. Lockerer Hopp. Zwei Runs. Ein Hopp. Es ist egal, welches Knie. Ja? Zwei Runs. Ein kleiner Hopp. Bring deinen Körper in Bewegung. Sehr schön. Das ist auch eine neue Variante. Das ist wunderbar. Ich liebe das. Jump Jack. Komm mit. Das passt gut. Oder? Ja. Jürgen, geht der Puls ein bisschen hoch? Das wäre mein Ziel. Wenn nicht, nimm die Arme dazu. Arme über Kopf. Setz die Fersen ab. Und gib uns nur einen Mini Squat. Ganz kleiner Squat. Die Low Option. Ohne zu springen. Du bist tief. Und mach den Tap nach außen. Oh ja. Cooler Sound. Bist du noch da? Ja? Komm. Komm. Squats. Ein bisschen schneller, ja? Und was ich gerne hätte? Mini Jump. Ich mach mal ein Kabel. Mini Jump. Mini Jump. Oder. Fersen lösen. Halt den Oberkörper aufrecht. Und drück dich vom Boden weg. Gut. Jürgen? Ja bitte. Ich muss dich konzentrieren. Du konzentrierst dich. Locker laufen. Easy. Oh yes. Machen wir noch eine Runde? Ja bitte. Eine Runde mehr. Oder machen wir vier Runden? So wie bei dir? Run, run, hopp. Run, run, hopp. Eins, zwei, hopp. Schaut euch den Mann an. Sehr gut. Es passt. Cardio Burn Style. Go. Nimm die Arme gerne mit. Wenn du nicht laufen willst, gehe. Es geht einfach um ein bisschen Stoffwechselarbeit. Ja? Eine Runde mehr. So. Run, run, hopp. Wenn du keinen Platz hast, bleib am Platz. Du musst dich nicht zur Seite bewegen. Ja? Jump Jack. Steig ein. Mit oder ohne Arme? Denkbar sind auch diese Arme. ein Huffelband. Ein Huffelband. Oder Arme hoch. Oder Arme über Kopf. Gibt viele Möglichkeiten. Atme. Puls geht nach oben. Das will ich. Du. Yes. Yes. Ist du mit? Yes. Acht Stück noch. Komm. Go. Go. Vier. Drei. Komm in einen Squat. Tief und hoch. Mit oder ohne Sprung. Letzte Runde hier. Auf deinem Level. Das heißt, wenn es dir zu schnell ist, machst du einen langsamen Squat. Vergiss nicht, das ist dein Workout. Dein Körper. Ja? Kann man noch ein paar Sprünge machen? Die letzten. Die letzten. Ja. Vier Stück. Jump up. Super gut. Last one. Baut dich aus. Wir gehen Richtung Oberkörper. Richtung Brust. Ja. Oder? Brust, Brust, Brust. Brust, Brust, Brust. Bitteschön. Okay. Alle warm? Sonst machen wir das nochmal. Okay. Brust. Bitte. Wenn ihr die Stange und das Set zu Hause habt, doppelt das Warm-Abgewicht auf der Stange. Ein bisschen Platz für die Push-Ups. Wenn ihr kein Gewicht habt, nehmt euch die Waschmittel, nehmt euch die freien Gewichte. Optional die Sandra. Danke. Ist bei die Chestflies bei euch. Ich bin bei der Stange. Klassisch. Platz. Ein bisschen hinterm Step. 130 Beats. Perfekt. Okay. Bereit. Stange hoch. Gewichte hoch. Schultern weg von den Ohren. Bauch fest. Den unteren Rücken fest ins Step. Füße ran. Team. Four. Three. Two. Slow. Four. Three. Two. One. Easy. Up. Wenn du die Stange hast, Ellenbogen nur bis zur Step-Oberkante tief. Wenn du mit freien Scheinen arbeitest, berühr den Boden nicht mit dem Ellenbogen. Zwei. 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 One. Two. Two. And one. Leute, wir haben vier Runden. Oh, schon wieder. Das ist die erste. Down. Down. Up. Okay. Ziehen wir die Bremse. Drei. Eins. Lower. Drei. Zwei. Eins. Press up. Down. 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 So, untere Rücken ist fest im Step. Die Kombi. Down. Middle. Tief, Mitte. Tief, hoch. Tief, Mitte. Tief. Und up. Zeig dir noch, der Schied. Zwischen Mitte und ganz. Okay, Team. Push mal. Ochtzehnels. Huhu. Up. Press. Sieben. Press. Wenn du mit der Stange arbeitest, versuch mal die Ellenbogengelenke nicht durchzustrecken. Für mehr Workout. Good. Die Kombi. Zwei Singles. One. Two. Triple Pulse im Keller. Drei. Zwei. Eins. Nochmal. One. Und up. Two. Triple im Keller. Drei. Zwei. Eins. Mehr davon. Come on. Full Range. Half Range. Drei. Zwei. Eins. Good. Geht es noch bei euch? Na ja. Kippe. Okay. Eine Runde. Zwei Kombis. Bleib mal. Come on. Gut. Drei. Zwei. Eins. Und up. Letztes Mal. Okay. Plöpuls. Stange und Gewichte weg. Komm nach oben. Pusher. Pusher Position. Wenn du Step hast. Auf den Step. Ellbogen. Raus. Hände weiter als die Schultern breit. Okay. Slow. Four. Three. Two. One. Four. Three. Two. And one. Einer mehr. Die Zielzone. Ellbogen 90 Grad. Brust runter zum Step oder zum Boden. Zwei. Zwei. Easy. One. Two. Two. And one. Steady State Training. Woohoo. Option. Auf die Knie. Wenn es nicht mehr geht. Bring die Knie weiter nach vorne. Dein Tempo. Drei. Eins. Drei. Zwo. Eins. Press up. Deine Option. Good. Okay. Finish mal. Ja. Mit. Acht Singles. Zwei Kombis. Acht. Come on. Sieben. Good. Woohoo. Nutzt die Option, wenn es nicht mehr geht. Vier. Drei. Zwei Kombis. Zwei Singles. Come on. One. Triple im Keller. Drei. Zwei. Eins. Du musst gestreckt bleiben. Ich bin auf Knie. Good. Triple. Drei. Zwo. Okay. Komm nach oben. Schnapp dir die Stange oder die freien Gewichte. Zehn Sekunden. Sieben Sekunden. Ready Team? Ready. Sander. Fünf. Three. Super slow. Down. 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 Easy up. Good. Gut. Schwange jetzt nicht zum unteren Teil der Brust. Schultern sind weg von den Ohren. Ellenbogen Step-Overkante. Oder berühren nicht den Boden. Zwei. Zwei. Easy. One. Two. Two. One. Es ist fast kein Unterschied. Hier brennt die Luft. Bei euch zu Hause auch. Wuhu. Team. Tempo wechseln. Drei. Drei. Zwei. Eins. Press up. Easy. Easy. Come on. Acht Singles. Speed up. Acht. Sieben. Saubere Chest Presses. Oder Fleiß. Vorn. Zwei. Die Kombi. Zwei Singles. Trübel Puls. Huh. One. Two. Trübel im Keller. Drei. Zwei. Eins. Nochmal. Good job. Bringen wir es nach Hause. Zwei Kombis. Mehr. Trübel. Let's. Trübel. Spange und Scheiben weg. Komm. Hinterstep. Auf den Boden. Push ups. Das ist Zeit. Runde vier von vier. Bringen wir es nach Hause. Schultern weg von den Ohren. Hände breiter als schulterbreit. Slow. Four. Three. Two. Slow up. Wir haben so viel Zeit, Muskelspannung aufzubauen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Tempo. Zwei. Zwei. One. Two. Two. And one. Okay. Noch 40 Sekunden. Das ist immer durch. Schaut wie los. Wie genau du das überweist. Unbedingt. Okay. Drei. Eins. Drei. Zwei. Eins. Press up. Bauchspannung halten. Wenn es immer geht. Komm auf die Knie. oder die Knie nach vorne. Köst. Alle anderen. Singles. Wuhu. Come on. Finish mal. Full range. Wenn es nicht mehr geht. Komm auf die Knie. Endspurt. Zwei Singles. Triple Pulse. One. Two. Triple Pulse. Drei. Zwei. Eins. Come on. Die letzten. Ein Schulgepuls. Dann haben wir es. Wuhu. Finish. Wuhu. Sehr gut. Wie geht es euch? Ich habe Verletzungen vom Waschmittel. Hätte man es innen ein bisschen ausgeprägt. Nein. Rücken kommt noch. Wir haben, wir hätten ja Gewichte, ja. Aber wir machen das, die Sandra solidarisch für euch. Sollen wir wechseln, Sandra? Beim Clean and Press. Ja. Ja. Bitte. Okay. Rücken Track. Das kann ich nämlich nicht halten. Drei große Runden. Ich nehme auch eine andere Hand. Drei große Runden. Easy Workout. Deadlift. Deadrow. Clean and Press. Und High Pull. Ah, da ist die andere. Ja. Okay. Gut. Gut. Nehmt die Stange bitte. Rückenfreundlich auf. Haben wir so Zeit. 15 Sekunden bis zum Start. Setup. Die Beine hüftbreit. Fußspitzen leicht nach außen. Rotiert. Genieße es oft. Bauch ist fest. Brust ist draußen. Schultern ab. Back. Down. Kirn hinten. Slow Deadlift. Four. Three. Two. One. Four. Three. Two. One. Hüfteschieb nach hinten. Brust ist stolz. Gut. Erste Runde. Single Row. Knie. Bauch. Knie. Ruhn ab. Du kannst natürlich auch mit den Stangen, mit dem Waschmittel die Stange simulieren. Funktioniert genauso. Mehr Schulter Einsatz. Okay. Trivial Row. Down. Eins. Zwei. Drei. Komm hoch. Nochmal. Down. One. Two. Three. Deadlift. High Pull. Deadlift. High Pull. Deadlift. High Pull. Gut. Ein High Pull. Gewichte oder Stange bleibt am Körper. Eine Woche ohne. Ich spür schon. Ein Deadlift. Ein Clean. Ein Press. Oh. Ein Deadlift. Again. Deadlift. Ein Clean and Press. Gut. Ich hätte mal sagen können. Deadlift. Nochmal. Deadlift. Ein Clean. Ein Press. Clean. Good. Deadlift. Einmal mehr. Einmal mehr. Okay. Ein Clean and Press. Ein Single Row. Clean. Catch. Drive. Catch. Row. Ich bin da. Gut. Catch. Drive. Catch. Reset. Gut. Bleib dabei. Gut. Erste von drei Runden. Row. Letztes Mal. Letzter Row. Stopp hier. Leg das Gewicht ab. Schütt dich aus. Kurze Shake. Zwei Runden mehr. Gewicht hoch. Kurze Runden. Zwei, zwei. Deadlift. Go. One. Two. Two. One. Check dann Deadlift. Die Hüfte schiebt nach hinten. Bauch ist fest. Krust du Stolz. Blick geht mit. Second Round. Single Row. Knie. Bauch. Knie. Und ab. Gut. Große Runde Nummer zwei. Von drei. Außer eins macht drei. Triple Row. Down. Drei. Zieh schon der Blätter am Rücken zusammen. Große Stolz. Gut. Okay. Ready für die Power. Ein Clean and Press. Ein Single Row. Okay. Row. Clean and Press it. Catch. Try. Catch. Reset. Gut. Zwei Kombis mehr. Come on. Boom. Zack. Zack. Folgt die Knie. Nenn wir für ein Row. Auch beim Clean and Press. Letzte Kombi hier. Und was folgt? Was folgt? Acht Cleans. Acht Press. Acht Clean and Press. Catch. Catch. Reset. Catch. Drive. Catch. Come on. Jetzt weiß ich, warum ich die Hand laufe. Okay. Letzte vier. Come on. Beucht die Knie. Schieb die Hüfte nach hinten. Und die nach vorne. Let's pipe. Einer. Finish hier. Oha. Weg kurz ab. Kurze Schenke. Letzte Runde. Ah ja. Ich hab schon weggerollt. Komm nach oben. Der Headlift auf zwei. One. Brutal bist du. Two. One. Down. Down. Up. Sehr gut. Okay. Teams. Draßen hier drin. Single Row. Ready. Go. Gut. Runde drei von drei. Hart und knackig. Bring was rein. Gut. Einer hier. Auf eins. Die drei. Drei Rows. Drei Rows. Drauen. Zieh die Schulterbäste zusammen. Gut. Nutzt die Rückenmuskulatur. Die Beidmuskulatur. Zum stabilisieren. Gut. Ready für ein clean? Yes. Clean and press. Go. Eins in a row. Bro. Gut. Bleib dabei. Catch. Juhu. Juhu. Acht clean and press. Juhu. Drei Rows. Acht. Endspurt. Das sind die letzten. Come on. Bringen wir uns nach Hause. Yes. Vier Stück. Vier Stück. Vier. 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 again. Okay. Arme. Trizeps. Ich glaube, wir brauchen jetzt kein Cardio. Arme. 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 Bizeps, Trizeps, Kombination. Schnapp dir bitte die Stange oder Gewicht mit freiem Gewicht. Warm-Up-Gewicht. Wenn du ein Set zu Hause hörst, bitte Warm-Up-Gewicht auf die Stange. Ein paar kennen die Kombi schon. Ein paar. Kombi, ein bisschen was für die Herzfrequenz, ein bisschen was für den Trizeps, ein bisschen was für den Bizeps. Wir starten mit dem Trizeps, Trizeps-Push-Ups, Mountain-Climbers. Darf ich dir kurz sagen, du bist ein Mikro etwas vom Moment. So? Ah. Gut. Ich kenne mich schon aus, ich bin immer zu laut. Trizeps-Push-Ups, Mountain-Climbers, Bizeps-Curls. Vielleicht eine Scheibe in die Nähe für die Overhead-Extensions. Auch das noch. Dann zwischendrin. Mal schauen, was ich herlegen. Ein bisschen Cardio-Input. Ja, ja, haben wir schon. Ein bisschen Bizeps, ein bisschen Trizeps. Schafft er erstmal Platz. Wir starten mit dem Trizeps-Push-Ups. Deine Option, auf den Knien oder gestreckt. Ellenbogen rein, Schultern wegtön von den Ohren. Wir starten. Easy. Zwei, zwei. One, two, two, one. Schultern sind weg von den Ohren. Und ihr nutzt die komplette Range, die Brust zum Boden zu bringen, die Ellenbogen am Körper zu lassen. Die Kombi. Zwei Singles. Okay. One, vier. Climber slow. Eins, zwei, drei. Zwei Singles. One, up. Two, vier. Single slow. Four, three, two. Don Cardio. Oder Jürgen. Ah, das kommt noch Sandra. Bleib in der Kombi. Good. Come on. Four, three, two, one. Letzte Kombi hier. Sandra, da kommt noch was. Es kommt was, ich hör's. Yep. Zwei Singles. Acht Sprinters. Acht Sprinters. Eight, seven, six, five, four, three, two singles. Das ist hart. Come on. Das ist gut. Sprint. Four. Come on. Again. Two. Push up. Sprint. Eight, seven, six, five, four, three, two. Again. Letzte hier. Okay. Stopp hier. Schnapp dir die Stange. Easy. Oder die freien Gewichte. Hüfte vor. Curl. Slow. Four, four, three, two, one. Okay, Team. Change den Speed. Zwei, zwei. Wir kommen gerade aus dem Rückentraining. Deswegen ist es jetzt eklig. Und hart für den Bizeps. Sehr gut. Bleibt dabei. Bleibt dabei. One, two, two, one. Leute, wie geht's euch zu Hause? Ah. Findet ein bisschen die Lüftung, oder? Im Wohnzimmer. Machs Fenster auf. Im Keller. Machs Fenster auf. Und gib uns dein Triple Midrange-Puls. Drei, zwei, eins. Release. Drei, zwei, eins. Hüfte bleibt vorne. Musik pitcht. Und wir bleiben im Midrange. Hüfte bleibt. Ah. Come on. Und back. Drei, zwei, eins. Back off. Drei, zwei, eins. Oh yes. Geht noch was? Geht noch was. Triple Puls. Mit range. Drei, zwei, eins. Back off. Uh. So, let's stay here. Okay. Stop. Finish. Finish. Push-Up-Position. Kommt natürlich nochmal, oder? Ah. Aufbau. Wir haben Zeit, okay? Wir haben viel Zeit. Nutzt die Zeit. Für. Hände. Für. Durchschnaufen. Zwölf Sekunden bis zum Start. Hände unter die Schultern. Schultern weg von den Ohren. Auf die Knie oder gestreckt. Team. 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Du könntest auch die Gritschstimme sein. Ja genau. Ey, die Hitschstimme. 5, 4, 3, 2, 1, 2 singles. Hey Sprinters. Go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pitch. Come on, sprint. 8, 7, 6, 5, 4, push it, press, come on, press, sprint, 8, 7, 6, sprint, sprint, push, come on, okay, gehen noch zwei Kombis, Leute, zwei Kombis, come on, finish mal, sprint, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, let's stay here, okay, schnapp dir die Stange, overhead extensions, come on, overhead extensions, overhead, single tempo, down, up, down, up, okay, 8 singles bis zum finish, 8, 7, 6, 5, okay, vom Trizeps auf den Bizeps, Scheibe weg, Stange in die Hand, oder freie Gewichte, keine Option, Zeit, auf die Knie, Hüfte vor, Schultern, up, back, down, 4, 3, 2, and 2, 1, 2, 2, 1, let's the move, let's the pitch, Vor mein Cardio 3 gehen, come on, Team, Triple Pulse, 3, 2, 1, release, 3, 2, 1, und down, check the range, in der Mitte, Schulter hinten, 3, 2, 30 Sekunden, dann Schluss, Komm, 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 komm So ihr Lieben, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich entscheide mich jetzt zwischen Cardio und Schultern und entscheide mich für eine Kombination. Schulter-Cardio. Schulter-Cardio. Schulter-Bauch-Cardio. Mal schauen. So spontan können wir sein. Natürlich mehr BPM. Macht euch ein bisschen Platz. Ihr braucht keine Gewichte mehr jetzt. Ihr könnt euch zum Schluss austoben. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist aber schnell jetzt. Das ist sehr schnell. Wir bautzen schon mal. Jürgen, komm. Jürgen, komm, wir bautzen. Bist du da? Ich bin da. Super. Skater. Das muss nicht auf den Beat gehen. Also macht euch nicht an der Musik fest. Sie soll euch ein bisschen treiben. Aber wir tanzen nicht. Das heißt, ihr müsst euch nicht im Takt bewegen. Okay? Bleib im Skater. Wenn du willst, komm tiefer. Mach's größer. Super. Oberkörper hoch. Es passt. Es passt. Es passt. Alles gut. Acht mehr. Beug deine Beine. Halt die Brust oben. Spann den Bauch an. Blick nach vorne am besten. Die letzten vier. Und dann mach mal den In-Schwurm. Kennst du den In-Schwurm? Überblick. Also. Squat. Vor. Zurück. Jump high. Komm vor. Komm zurück. Jump high. Bitte. Halte deinen Bauch unter Spannung. Wenn du krabbelst. Die Hüfte bleibt oben. Auf Schulterhöhe. Hier hast du Schulter-Warm-up. Äh, Workout. Bauch und so weiter. Machen wir noch vier. Go. Hoch. Zurück. Komm an. Zwei noch. Wenn das zu viel ist, bleib im Squat. Ein letzter. Letzter hier. Yeah. Komm hoch. Bounce. Gut. Gut. Können wir noch mal skateeln. Auf den Weg oder langsamer. Low-Option. Step-Punch. Oder. Bigger. Oder schneller. Gibt es so viele Möglichkeiten. Oder. Beuge deinen Bein. Halt die Brust oben. Nimm die Fingerspitzen direkt im Ferse. Da, 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 da. Go. Go. Come on. Die letzte hier. Come on. Atme. Bleib im Squat. Vier Squats. Den letzten halb hier unten. Stopp. Komm in eine Plank. Hände unter die Schultern. Popo ist auf Schulterhöhe. Atme. Langsam. Mountain Climber. Und dann schau. Fang an. Dein Knie nach außen zu ziehen. Richtung Ellbogen. Richtung Schulter. Wenn es zu schnell ist. Langsam. Ja. Cardio geht. Muss aber nicht. Versuch dich nach außen zu crunchen. Out. Go. So. Come on. Jürgen. Geht nochmal. Ah. Schöcker. Mountain Climber. Go. Run. Run. Wenn es nicht mehr geht, haltet die Plank. Geht langsamer. Die letzten 16. Auf geht's. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Down. House. Ah. Uh. Dreh dich um. Rückenlage. Alles gut? Genie über die Hüfte. Meine neue Lieblingsübung. Drücken. 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 Mit den Händen gegen die Oberschenkel. Und die Oberschenkel drücken gegen die Hände. Halte. Löse die Schulterblätter. Atme. Atme. Wenn du willst. Strecke Arm und Bein. Der Oberkörper muss oben bleiben. Ja. Komm an. Jürgen. Hältst du noch? Hüfte. Hüfte. So. Achtung. Letzter. Zu schnell ist jetzt. Mach es langsamer. Option bei mir. Komm an. Twist. Twist. Wenn es nicht mehr geht. Füße abstellen. Langsamer arbeiten. Schulter heben. Go. Zee Crunch. Hoch. Und tief. Zieh dich hoch. Und tief. Versuch dich. Zurück dich zusammen zu crunchen. Hier ist die Muskulatur. Ja. Ärmeste. Nicht hier auf irgendwas. Wenn es mir weh tut. Aha. Okay. Wer will. Extension. Mach dich klein. Mach dich lang. Die letzten hier. Gib uns noch acht. Go. Acht. Sieben. Halt durch. Go. Oder. Wenn es nichts mehr geht. Aufkippen. Die letzten vier. Komm hoch. Mach dich lang. Drei Stück noch. Halt durch. Es muss brennen. Zwei. Last one. Last one. Stopp her. Oh yes. Atme. Atme durch. Atme durch. What a workout. What a workout. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Ansonsten macht ihr einen Mini-Cooldown zu Hause alleine. Können wir euch damit alleine lassen? Sonst können wir auch vorbeikommen. Wir kommen gerne, ja. Persönliche Betreuung. Kostet halt was, oder? Nein, nein, nein. Ach so, du machst es? Okay. Wir nehmen unsere riesige Plexiglas-Scheibe mit. Dann arbeiten wir im Kokon. Mach dein Yoga-Workout hinten dran. Es gibt genug schon online von uns, auch neues Material, weil viele nach den alten Videos fragen. Hammernimmer. Wir machen jeden Tag vier neue, mindestens. Schaut euch den Kursplan an für die kommende Woche. Der ist voll. Vormittags und nachmittags. Der ist alles schon auf der Homepage, auf Instagram und Facebook zu finden. Könnt ihr euch anschauen. Es ist für jeden was dabei. Würde ich sagen. Also wir geben hier alles und wenn ihr noch was vermisst, ich weiß, meine Tänzer, euch habe ich auf dem Schirm. Ja, schöne Grüße. Aber das dauert noch. Ich bin kein Choreograf für Tanzstunden, leider. Schauen wir mal, oder? Der Jürgen macht was mit mir. Bisschen Latino. Der macht alles mit dir. Ich mache fast alles mit dir. Fast alles. Also wir schauen mal. Ja, sonst schickt uns eure Anregungen, Kritik, gern auch Lob. Ja, Wünsche. Wir sind offen für alles. Ja, schreibt uns, was euch gefällt, was ihr gerne haben wollt. Wir sind ja jetzt flexibel. Das ist das Schöne. Wir haben fast alle Freiheiten. Hier, mit euch. Für euch. Ja, bis auf euch fehlt uns eigentlich nichts. Genau. Okay, Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat riesig Spaß gemacht. Auch wenn es nicht so ausgekappt hat, hat es mir auch Spaß gemacht. Es war saumäßig anstrengend. Und der Spaß hat es gemacht. Das sind die zwei Sachen, die wir erfüllen müssen. Und wenn es hinterher sogar noch was bringt, haben wir gewonnen. Ja. Vielen Dank. In diesem Sinn. Schönen Abend. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.